Hallo meine lieben Skatfreunde, ich begrüße euch wieder zu einer kurzen Skat Session und zwar spielen wir mal jetzt ein Jackpot Duell, just for fun, wir müssen ja unser Championship voll machen und da hat sich einer bedankt für Videos, okay, so Vorhand, 18, 18, 18, weg, da sind wir mal lieber weg. Ja, gerade eben hatten wir ja das Duellchen, jetzt machen wir hier das Jackpot Duell, es ist auch wieder neun Spiele, der erste kriegt alles, das ist hier etwas anders als beim Duellchen, beim Duellchen wird ja ein Preiskart gespielt in Form von neun Spielen, so, jetzt spielen wir hier blank aus, okay, da können wir die 10 stechen, haben wir schon 35, na, ich werde mal ein Ass spielen, und 18, 53, mach noch einen Trumpfstich, da lasse ich ihn mal ran, 55 und 60, jetzt können wir sogar Karoas spielen, ist egal, bei 60. Ohne 5, 5 Trümpfe, ne, den will ich nicht. Herz. 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 Ja, meine blanke 10 gleich im ersten Stich. Weg. Er sticht nicht. Okay. Da er jetzt so lange überlegt hat, wird er wahrscheinlich Karo Dame in der Hand haben. Dummerweise weiß ich jetzt nicht, was mit Kreuz Bube ist. Ja, Karo Dame hat er wirklich in der Hand. Hat er ja keinen Trumpf. Doch, ja, mit dem Trumpfeinschub kann er auf meinen Karo Stich seinen Ass da reinhauen. Dann hätten wir gewonnen. Auch wenn er auf den Trumpfstich verzichtet. Passe. Das war's. Das war's. Junge Assum Skat. Wow. Das war mal ein schöner Skat. Moulewehr oder Grang. Kommt auch selten vor, dass du sowas hast. Grang. 22, 33 und ich hab gewonnen. 18. Passe. 20. Passe. Oh, Kreuz Ass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet 4 gedrückt. Kreuz. Der ist nicht schlecht. Herz könnte blank sein. Herz 10 Abstich wäre nicht so schön. Nee, ist nicht blank. Ähm. Hat er von zu zweit wahrscheinlich ausgespielt. Ah, nee, den steche ich nicht. Ähm. Ach, den soll er ruhig mal überstechen. Sag ich doch. Ähm. Das ist die Frage, ob man den auf Nulle wäre jetzt. Ich glaube, ich reize nur Null. 22, ja. 23, ja. Passe. 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 Grand. Parallel. Äh. 比較 aus. Hab ins. Israel. Dann. Sid. Und wenn du sicheretes. uin. Da. Der. Null. Bein. Schön. Ich hab nach. Ich hab nach. Mittelhand. Ach nee, Vorhand. Irgendwie ist es nix. Nix richtiges. Ja, 35. Passe. Herz. Hand. Morgen werde ich wahrscheinlich dann in die WM-Hauptrunde einsteigen. Ich habe bisher noch nichts gespielt. 24. Das war ja mal ein cooler erster Stich. 24 und 6. 30. Ah. Pik-Junge ist raus. Er hat nur einen 5-Trümpfer. Oder? Pik-Junge ist gestochen. Ah. Leider nützt es nix. Ich kann ihn nicht mehr reinspielen. Doch. Warum hat er den Pik abgeworfen? Er muss doch kreuzen. Achso, okay. Alles klar. Passe. 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 Hm. Ich muss ja reizen. 18. Passe. 20. Jetzt könnte ich auch passen. Wenn er verliert, bin ich in der Mittelhand. Ich lasse ihn mal spielen. Passe. 0. Auvers. Hm. Der ist sauber. Zwei Pieken lagen drin. Naja. Okay. Das soll es dann auch erst mal wieder gewesen sein von mir. Ähm. Ja. Wie gesagt. Live-Stream. 22.30 Uhr. Heute. Mit den beiden Ranglisten. Also. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Du war dran.